Heute ist Dienstag, der 23. Februar und das Wetter soll so circa 12, 13 Grad sein nachher. Flut ist ja gerade eben vorbei. Man sieht, das Wasser ist hier vorne und Niedrigwasser ist entsprechend um 14.30 Uhr. Aktuell ist es windstill. Die Fahne, die bewegt sich hier vorne überhaupt nicht. Dafür kommt da hinten gerade ein Schiff entlang. Ansonsten gibt es eine Neuerung für den Müll. Es gibt jetzt hier die braune Biotonne. Bei uns wurde die gestern ausgeliefert und im Stadtgebiet wird die halt jetzt in der letzten Zeit und auch wahrscheinlich in der kommenden Zeit ausgeliefert. Morgen soll es auch nochmal so um die 12 Grad warm sein. Und dann geht es aber doch schon wieder runter mit den Temperaturen. Und ja, jetzt wünsche ich euch allen einen guten Tag. An der Seite setze ich euch die Playlist rein mit den Frühlingsguxhafen-Videos. Da ist inzwischen so ein bisschen was drin. Zwei, drei Videos habe ich drin. Viel Spaß dabei und bis morgen. Tschüss, eure Astrid Marie.